Was hat euer Aufenthalt für einen Zweck? Was hat er? Was hat er? Ich diene der Banshee-Königin. Was wollt ihr? Was hat er? 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 Das war's für heute. Die ewige Sonne wird uns leiten. 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 Der Schlamm hier ist aufgewühlt. Jemand wollte seine Spuren im Schilf verbergen. Suchen wir weiter. Tiefe Fußabdrücke. Zu groß für einen Menschen. Das muss Sauerfang sein. Seine Spur führt nach Osten. Das kann ich nicht angreifen. Ich treffe immer mein Ziel. Trefft mich bei den drei Ecken. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich habe den Plan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schaut euch an. So zuckersüß. Da wird mir fast übel. Perfekt. Kann ich euch helfen? Das Licht segne euch. Seid gegrüßt. Seid vorsichtig. Seid gegrüßt. Wie geht's? Man sieht sich. Gegrüßt. 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 Das ist ziemlich viel Sekret. Mehr, als ich von so jungen Taranteln erwartet hätte. Das heißt, Sauerfang hat auch die Mutter getroffen. Die Schwabe. Ich mag Spinnen eigentlich ganz gern. Ich treffe immer mein Ziel. Ich brauche einen Moment, um die Gegend auszuspähen. Wir treffen uns danach am Rotkampass. Ich brauche einen Moment, um die Gegend auszuspähen. Ich brauche einen Moment, um die Gegend auszusetzen. Ich beobachte und lausche. An diesen üblen Geschmack werde ich mich nie gewöhnen. Guter Jäger! Könnt ihr uns helfen? Ein garstiger Ork hat in der Nacht unseren Hof überfallen. Er hat ein wertvolles Erbstück gestohlen. Habt ihr beim Pass vielleicht Spuren von solch einem ungehobelten Rüpel gesehen? Spuren! 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 Verstanden? Ey Mann, hier drüben! Ich brauch eure Hilfe! Ist mir ne Ehre, euch zu dienen. Let's go! Wir werden niemals aufgehen. Wir werden niemals aufgehen. Wir werden niemals aufgehen. Gut euch zu sehen, Mann. Er die Geister der Vergangenheit. Zauerfang, ihr seid das Verrats gegen die Dunkle Fürstin schuldig. Verlasst die Hütte oder ich brenne sie nieder. Genau wie den geliebten Baum eurer Allianzfreunde. Ihr habt kein Fünkchen Ehre. Ihr wollt Zauerfang den Rücken kehren nach allem, was er für die Horde gemacht hat? Champion, haltet euch mit dem Troll aus der Sache heraus. Meine Befehle kommen direkt vom Kriegshäuptling. Und was sind das für Befehle? Ihr habt eure Pflicht gegenüber der Horde verraten, Sauerfang. Schlimmer noch, ihr habt uns den Rücken gekehrt und euch mit den Menschen gegen euren Kriegshäuptling verschworen. Legt auf der Stelle eure Waffe nieder und ergebt euch. Oder sterbt hier, im Sumpf, allein. Nicht allein. Ihr habt aussichtslose Situationen also noch immer nicht fürchten gelernt, junger Freund. Es ist eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Genug geschwätzt, dunkle Waldläuferin. Ihr wolltet einen Kampf. Ihr sollt ihn haben. Für die Ehre der Horde! Lokta Ogar! Was braucht ihr von mir? In der Schlacht ist strategisch. Und alle, die ihm beistehen. Hey, wir haben's geschafft, Mann. Was für ein Kampf. Habt ihr die Funken gesehen, die ich verschossen hab? Lokta. 2-3-4-1-Wähler 같아요! Oh sehr, ich darf nicht. Wer denn in der Gunst der Banshee bleiben wollt, muss sie glauben, dass ich euch besiegt habe. Aber es muss aussehen, als hättet ihr euch gewehrt. Seid ihr bereit? Atmet tief ein. Ich bin nicht sonderlich geübt in Zurückhaltung. Ich diene der Horde zu. Gut, ihr seid noch am Leben. Verletzt, aber am Leben. Kehr zur Banshee-Königin zurück und halt ihr mit, dass ich niemandes Marionette bin. Sekhan, ihr bleibt in Orgrimma. Diejenigen, die die Ehre der Horde wiederherstellen wollen, müssen wissen, dass die Hoffnung noch nicht verloren ist. Nie im Leben, Mann. Ich komm mit. Wo der Hochfürst ist, bin ich auch. Nicht heute, mein Freund. Diesen Weg muss ich allein beschreiten. Geht mit Ehre. Wir werden uns wiedersehen. Wer, wenn nicht. Wir zählen auf euch. Na dann, Schöpfe. Geht mit Ehre. Dann... Geht mit Ehre. Geht mit Ehre. Dann... ... Die wahre Arbeit fängt gerade erst an. Ich werde dir... Habe ich euch richtig verstanden? Sauerfang hat allein meine Elite-Truppen und eine dunkle Waldläuferin getötet? Ein Glück, dass ihr mit kaum mehr als einem blauen Auge davongekommen seid. Ein Glück, aber auch eine Enttäuschung. Ihr werdet den Verräter Sauerfang finden. Ihr werdet ihn mir bringen. Wagt es ja, nicht mich noch einmal zu enttäuschen? Habe ich mich klar ausgedrückt? Geht. Denkt an eure Pflicht gegenüber der Horde. Wir müssen den Krieg gewinnen. Lockdown. Ich habe euch erwartet. Möge die ewige Sauer für die Horde. Unsere Befehle werden eingehalten. Um jeden Preis. Tromka! Haltet eure Waffen scharf. Dient mir gut und ihr sollt belohnt werden. Tromka! 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 Untertitelung des ZDF, 2020